Das ist mein Hafen. Jetzt gehe ich mal gleich ins Haus rein. Moment. Ja, gesagt, meine Villa. Jetzt gehe ich in meine Küche rein. Ein paar Öfen. Hier in meinen Bio-Raum sozusagen. Bambus, Getreide und so. Jetzt gehe ich mal, Moment. Treppe hoch. Und in mein selbstgebautes Innenschwimmbad. Da. Jo. Jetzt. Das ist meine Dusche. Ist zwar ein bisschen komisch, aber egal. Ei. Hauptsache Dusch. Da bin ich irgendwas anbauen, weiß nicht was. Das ist mein Vorratslager. Das ist meine Terrasse. Da mein Pool. Sprich mal runter. Hä? Ach so. So. Ich gehe nochmal kurz rein. Tür zu. Da weiß man nicht, was ich baue. Ah ja, unter der Treppe stehen noch Bücher. Ist mein Springbrunnen hier. Untendrin Kies. Jetzt. So. Das ist mein. Aussichtsturm. Moment. Ich gehe mal hoch. Äh. Komm schon. Es ist dumm zum Hüpfen hier. Hoch. Geht doch. So, jetzt gehe ich mal rechts. Ich zeig euch mal die Villa von oben. Da. Oh, shit sieht man nicht genug. Es ist zu dunkel im Moment. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite von diesem Steg da. Und da kann man runterspringen ins Meer. Zieht gar kein Leben ab. Äh. So. Gut. Und das war's. Ciao.